Game Based Game Check Der Game Check der Computerspielschule Stuttgart und der LFK Der Medienanstalt für Baden-Württemberg Ja, das ist ja jetzt schon der vierte Game Check In den vergangenen Spielen war es so, dass man immer etwas Geld ausgeben musste, um das Spiel spielen zu können Was natürlich ziemlich schwer sein kann, wenn man im Bildungskontext einfach kein Budget hat und das mit Schülerinnen und Schülern machen will Deswegen schauen wir uns jetzt ein Spiel an, das kostenlos ist und wo es auch absolut nicht schwer ist, da ranzukommen Und zwar das Spiel Hidden Codes Das ist ein Mobile Game der Bildungsstätte Anne Frank Das in einer simulierten Social-Media-Umgebung unterschiedliche Phänomene der Radikalisierung im Netz anschaut Das ist ja ein Thema, das gerade während der Corona-Pandemie sehr präsent war Und jetzt gerade auch im Gaming-Bereich immer relevanter wird Das Spiel ist so aufgebaut, dass es verschiedene Episoden gibt So wie es zum Beispiel bei Life is Strange ist Ein Spiel, das wir jetzt auch schon mehrmals in dem Podcast angesprochen haben Und die jeweiligen Episoden haben mehrere Kapiteln Und da kann der Spieler sich Profile, Storys und Kommentare angucken von anderen Nutzern Und spezifische Elemente von Radikalisierung recherchieren Das übergeordnete Thema ist oft die Verbreitung rechtsradikaler Inhalte in Foren, in sozialen Medien Über Memes, Algorithmen und eigene Filterblasen Also eigentlich genauso, wie es auch in echt stattfindet Man wird aber auch konfrontiert mit rechtsradikalen Symbolen und der potenzielle Bezug zu Verschwörungsmythen Es bleibt aber nicht nur bei sozialen Medien Auch die mögliche Verbreitung solcher Inhalte über rechtsextreme Gamer und Streamer wird innerhalb des Spiels angesprochen Da das Spiel 2021 rausgekommen ist Also während die Corona-Pandemie noch ein sehr relevantes Thema war Werden auch Corona und Lockdowns und das Thema Videobombing, was ja damals auch sehr viel stattgefunden hat, aufgegriffen Das Spiel wurde explizit für den Einsatz im Unterricht entwickelt Deswegen können sich die Lehrkräfte einen Zugang zu der Software auf der Webseite besorgen Dazu gibt es auch umfangreiche Begleitmaterialien, die man sich herunterladen kann Und wenn man Lust hat, kann man sich sogar Fortbildungen zu dem Thema Radikalisierung, Rassismus und Antisemitismus buchen Wenn ihr das Spiel auch einfach nur einmal kurz anspielen möchtet, um zu schauen, ob das was für den Unterricht ist Oder auch einfach so aus Interesse spielen möchtet, könnt ihr das auch im Browser testen Den Link werde ich euch in die Podcast-Beschreibung einfügen Also wenn ihr Lust habt, euch in einer virtuellen Social-Media-Umgebung diese Themen etwas genauer anzuschauen Dann ist Hidden Codes das richtige Spiel für euch